Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die 33 Reden von Saint-Germain, empfangen durch Godfrey R. King, Rede 25. Anrufung von Saint-Germain Unendliche Ich-Bin-Gegenwart Aus deinem uralten Heiligtum finden wir dich hineinströmen in Offenbarung und Gestaltung, in bewusster Intelligenz, damit deine Vollkommenheit in allen Stufen, allen Phasen des Lebens offenbar werde. Und alle Dinge der Erde, die von den Menschen mit verfehlten Eigenschaften belastet wurden, in deine ewige Vollkommenheit erhöht werden. Ich bringe euch Grüße, besonders aus der Geheimstätte in Arabien, jenem großen Schulungsmittelpunkt für die Anwendung der mächtigen Strahlen. Heute habe ich zwei Überraschungen für euch. Ich sage euch, ich, denn wir sind alle eins. Ich nehme an, ich brauche nicht eingeführt zu werden, da ich nun über den Licht- und Klangstrahl spreche. Nada spricht Die Rede 25 Wie herrlich erscheint dieser Tag, immer in dem Bewusstsein, das den Menschen gebracht wird, durch die Darstellung der Geburt der Christus-Tätigkeit in der ganzen Menschheit. Doch so ist es auch für die Schüler, die sich bewusst geworden sind, was die Anwendung der Ich-Bin-Gegenwart für sie bedeutet, so dass sie Liebe und Intelligenz nach ihren Befehlen in Bewegung setzen und jene unbegrenzte Kraft lenken können. Schon so lange hätten die Menschen gerne wissen mögen, wie sie das Christusbewusstsein erlangen könnten. Der erste mächtige Schritt ist die Erkennung und Anerkennung der großen Ich-Bin-Gegenwart, der in uns wohnenden Gottheit. Der zweite Schritt ist die Anwendung dieser Ich-Bin-Gegenwart. Denn wenn ihr sagt, Ich-Bin, und versteht, was es bedeutet, so seid ihr damit in das Christusbewusstsein eingetreten. Das bedeutet nicht, dass ihr unverzüglich die Fülle dieses Christusbewusstseins zum Ausdruck bringt, denn ehe ihr etwas vollbringen könnt, müsst ihr wissen, wohin ihr gehen und was ihr wünschen wollt. Alle Aufgestiegenen sind den gleichen Weg gegangen und gebrauchen die gleiche Anwendung, denn alle Wege führen zu der großen Zentralsonne, der Gottheit. Unser geliebter Bruder Jesus schenkte der Menschheit eine der größten Wohltaten, indem er ihnen nicht nur von seiner Geburt bis zu seiner Himmelfahrt das Beispiel gab, sondern die ewige Urkunde im Äther einprägte, die nun leuchtend den Menschen zustrahlt. Wer noch nicht aufgestiegen ist, kann sich nur kümmerlich vorstellen, was das für die Menschheit bedeutet. Es ist ein ewiges Leuchtfeuer, welches in das Licht und auf das Beispiel der Auferstehung weist, wie Jesus sie genau vorgelebt hat, nicht als etwas, das getan werden könnte, sondern das am Ende getan werden muss. So groß die Wunder, die er vollzog, auch waren, er gab uns das wunderbare Versprechen, Sogar größere Dinge als diese werdet ihr tun. Oft wundern sich Schüler, was für größere Dinge, als Jesus sie vollbrachte, denn getan werden könnten. Doch er sagt uns durch diese Worte, dass er nur einige, wenige der umfassenden Dienste leistete, die unseren Mitgefährten geboten werden können. Für uns bedeutet dieser Tag immer den bewussten Beginn jenes wunderbarsten allen Vollbringens, der Himmelfahrt. Im Augenblick, da der einzelne Mensch sich dieser Tatsache bewusst wird, hat der Vorgang seiner eigenen Himmelfahrt, Erhöhung des Lebens begonnen und je nachdem, wie weit er diese Wahrheit erfasst, wird es sein Ziel rasch erreichen oder mehr Zeit dazu benötigen. Meine persönliche Erfahrung war wie folgt. Als ich mir der Bedeutung bewusst wurde und die Ich-Bin-Gegenwart anzuwenden begann, fand ich bald, dass ich Zeit und Ort gar nicht mehr beachtete und jeden Tag, je mehr ich in diese Ausweitung des Bewusstseins eintrat, ließen sich alle Dinge meines Verlangens leichter erreichen. Beachte wohl, sie lagen innerhalb meiner persönlichen gebietenden Kraft. Damit ergab sich das Bewusstsein. Göttliche Liebe ist die mächtige zusammenhaltende Kraft, Kohäsion, die alle Dinge an ihrem Ort und in ihrer Verbundenheit hält. Und diese göttliche Liebe ist in mir und macht mich zum unüberwindlichen Magneten für alles, auf dem mein Verlangen ruht. Diese einfache Wahrheit ist eine der mächtigsten, die dem Schüler zuerst zukommt. Sie lässt ihn erkennen, dass er sich wirklich über diese scheinbaren Grenzen rings um ihn erheben kann. Und Schritt um Schritt wird er dieses auch praktisch tun. Damit kommt das große Ein- und Ausströmen dieses mächtigen Inneren Selbst, das in sich Wesen und Stoff jeder Sache, die das Herz begehren mag, trägt. Und beachtet gut, eure Fähigkeit und Vollmacht, diesem Stoffe Eigenschaften zu geben und ihn zu formen, lässt ihn die Gestalt annehmen, die ihr verlangt, sei es nun Frieden, Liebe, Gold oder Erleuchtung. Ich sage euch, geliebte Schüler, erwacht zu eurer Verfügungsmacht, zu eurem Recht, zu eurer bewussten Fähigkeit, das große Gesetz anzuwenden, zu eurer vollkommenen Gesundheit, eurer ewigen Jugend und Schönheit, den Reichtümern Gottes, der Verherrlichung eures Gemütes und Körpers und dann in die erhöhte Herrschaft aufzusteigen, in eure ewige, immerwährende Freiheit. Erlebt ihr dann Schritt um Schritt, wie euch das Vollbringen gelingt, dann beginnt ihr, all diese äußeren Verhältnisse, die euch umbrannten, ganz zu vergessen, in dem herrlichen Gefühl, geborgen zu ruhen, in der großen Umarmung jenes mächtigen Meister selbst im Inneren, das weder Zeit noch Raum je zur Kenntnis nahm oder nehmen wird. Ihr seid Meister und übt die Herrschaft in eurem Leben und über eure Welten aus, sobald ihr erkennt, dass die Kraft und Intelligenz, die ihr anwendet, die mächtige Ich-Bin-Gegenwart ist. Wie wahrhaft glücklich sind all jene Ich-Gewordenheiten auf Erden, die diese Wahrheit wirklich ganz erfassen. Jesus sagte, Erkennt die Wahrheit und sie wird euch freimachen. Das ist eine der mächtigsten Erscheinungen dieser Wahrheit. Wendet sie an, o ihr Geliebten! Tut es in voller Entschlossenheit, verbannt jeden Zweifel aus euren Gemütern und ihr werdet stetig jene Edelsteintreppe des Gelingens emporsteigen. Und blickt ihr zurück über jede erstiegene Stufe, so wird die Strahlung immer stärker aufleuchten und ihr werdet verwundert fragen, wie konnte ich so lange im Schatten gehen, wenn doch diese mächtige Flamme des Lebens über mir freudig bereitstand, alle meine unglücklichen Fehlschöpfungen der Unwissenheit unverzüglich aufzuzehren. Ich sage euch, ihr Geliebten, auf die Erkenntnis dieser mächtigen Gegenwart, habt ihr nicht unbeschränkte Zeit zu warten. Breitet eure Arme nach ihr aus in aller Verehrung, die ihr aufbringt, und sie wird euch rasch aus allen diesen scheinbaren Beschränkungen erheben und euch in jenes nahtlose Kristallgewand kleiden, das in strahlendem Licht funkelt und durch einen Gürtel mit Edelsteinen gehalten wird. Es ist euer Recht, dieses Gewand zu tragen und in eurer Hand das funkelnde Zepter der Herrschaft zu halten, den Scheinwerfer eurer mächtigen Seele, den ihr auf jegliches Ding richten könnt, auf jeden Ort, in jeder Höhe, um deren innewohnende Offenbarung an euch zu ziehen. Solcher Art, geliebte Brüder und Schwestern, ist das Bild der Vollendung, das wir angewendet und die wir verwirklicht haben. Und wir wissen, ihr könnt genauso tun, gleich wie wir es getan haben. Lasst euch nie müde werden, das Bewusstsein festzuhalten, ich bin die aufgestiegene Gegenwart. Und wenn ihr das Wort sprecht, so wisst, sie ist die sich selbst erzeugende, ausströmende Kraft, durch die ich meine volle Herrschaft erlange. Ich bin sehr glücklich, wieder daheim zu sein, wegen des Glückes in euren Herzen und die vielen Sprossen der Leiter zu sehen, die ihr bereits erstiegen habt. Ihr habt das klare Bewusstsein, dass ihr die größte der Gaben Gottes erlangen werdet, die Fülle seiner selbst. Es ist mir eine große Freude, über den Licht- und Klangstrahl ebenfalls einige Worte an euch zu richten und persönlich manchen Ruf nach den Herzen von Chaara zu beantworten. Ich muss oft herzlich lachen, wenn ich unter den Schülern weile, die sich so sehr danach sehnen, dass ich mich ihnen sichtbar mache und von denen einige bei der geringsten ungewohnten Bewegung ihren Atem anhalten. Es werde doch nicht etwa jetzt geschehen. Ich weiß, es ist sehr drollig. Die äußere Tätigkeit des Selbst möchte dringend eine Sache und erlebt doch zur gleichen Zeit allerlei stachelige Empfindungen gegen sie. Da sage ich euch folgendes, ihr Geliebten. Ich dürfte bei weitem nicht allzu schrecklich erscheinen, wie ihr es euch vorstellt. So traut mir zumindest eine gefällige Erscheinungsform zu und zur gleichen Zeit erlaube ich mir die Ehre, den lieben Schwestern etwas Rosenöl mitzubringen. Frage Von Kaschmir Antwort Das wäre sehr wohl geeignet. Frage Warum nicht eine eigene Marke? Antwort Ihr habt flinke Einfälle. Ich brauche mein Öl nicht, wie ihr zu kaufen. Ich habe das Vorrecht, es mir selber zu bereiten. Ich möchte euch, geliebte Schüler, sehr ermuntern, jene wundervolle, herrliche Gegenwart der Liebe guten Willens beizubehalten. Nicht nur für uns, sondern auch für euch untereinander. Denn es schafft wunderbare Verhältnisse in denen, wo die Ausweitung des Bewusstseins sich sprungweise vollzieht. Ich empfehle euch, das Gefühl der Gewissheit in euch zu wahren, in der Anerkennung unserer Gegenwart und im Bewusstsein eurer Fähigkeit, das Gesetz eurer Ich-Bin-Gegenwart anzuwenden. Denn es wird nun immer besser gelingen. Seid nicht entmutigt in eurem Rufen nach unserer sichtbaren Erscheinung. Euer Gehör ist vollkommen in Ordnung. Ich versichere es euch. Doch eurem Ruf mangelt noch etwas. Verlangt der Schüler eine Sache, so ist zum Gelingen eine gewisse Vibration nötig, die sich nicht erklären lässt, die nur von der inneren Tätigkeit her gesehen werden kann. Amerika O Amerika, köstliches Juwel in der Krone, im Diadem der Erde, jener Ziererde alter Weisheit und des Lichtes. Wieder wirst du zur Macht deiner vollen Jugendfrische kommen, trotz all der scheinbaren Hindernisse und vermeintlichen Gegenbeweise der heutigen Zeit. In deiner Seele, O mächtiges Amerika, ist die Kraft, sich von den Bremsklötzen, die sich an dich geheftet haben, zu befreien, von den Bremsklötzen der Selbstzucht und der äußeren Geschäftigkeit unerweckter menschlicher Wesen. So wirst du wieder in die Fülle jenes Lichtes kommen, das dir von Geburt an zusteht. Geliebte Schüler, diese erwähnte Strahlung, wie auch die äußere Tätigkeit erscheinen mag, lasst diesen Schein sich niemals in eurem Bewusstsein verankern, so wenig als die Einflüsterung anderer über Amerika. Steht heiter in eurer gottgegebenen Herrschaft, erkennt die Wahrheit, seht die Welt frei, regiert durch göttliche Liebe und Gerechtigkeit. Das Netz, in das die finstere Kraft der Erde, Amerika zu ziehen scheint, wird noch seinen Meister finden. Das Schwert der Wahrheit und des Lichtes wird das Netz in Stücke schneiden und aus ihm die Öffnung für das Kreuz der Freiheit, des Lichtes und der Gerechtigkeit machen. Gegenüber den Dingen, die der Einzelne nicht ändern kann, ist es am besten, vor ihrem Schein seine Augen zu verschließen und die mächtige Kraft der Ich-Bin-Gegenwart anzuerkennen und in Bewegung zu setzen. Geliebte Schüler, seht ihr nicht, wie äußerst einfältig es ist, den Schein anzuerkennen, komme er durch Einflüsterungen oder sonst wie zustande, den täuschenden Schein dessen, was ihr nicht wollt, betreffe es nun Volk oder Staat oder eure Person. Habt ihr doch solch ein ungewöhnliches Vorrecht, die mächtige Ich-Bin-Gegenwart einzusetzen, damit sie jede Erscheinung, die geringer ist als Vollkommenheit, berichtige. Es ist den Menschen zur Gewohnheit geworden, dort Unvollkommenheit zu erblicken, wo wir Vollkommenheit sehen. Erkennt ihr nun die mächtige Ich-Bin-Gegenwart, so nehmt ihr Vollkommenheit jede Stunde des Tages auf. Das bedeutet nicht, dass ihr euch zumindest einmal jede Stunde des Wachseins sagt, Ich anerkenne die volle Tätigkeit meiner mächtigen Ich-Bin-Gegenwart. Jedes Mal, da ihr diese bestätigt, baut ihr es kraftvoller in euer äußeres Tun ein, denn ihr benutzt ja bereits diese Kraft. Warum dann nicht zu allen Zeiten anerkennen, was dieses ist, das ihr anwendet, und ihm dadurch die Herrschaft zu geben, die es euch zu übermitteln wünscht? Auf diese Art könnt ihr für die Freiheit, zum Schutz und zum Wohl Amerikas, eurer geliebten Heimat und eines jeden Landes eine unüberwindliche Kraft in Tätigkeit setzen. Ihr könnt es noch kaum träumen, welche mächtige Energie der Berechtigung das auszulösen vermag, wenn einer oder mehrere bewusst diese unüberwindliche universale Kraft ins Rollen bringt. Warum auf die stetigen Wehklagen und Anregungen aller Arten zerstörerischer Tätigkeiten lauschen, ihr wisst, dass die Ich-Bin-Gegenwart sie verzehrt und alle diese Energien umwertet zur Freiheit, zum Schutz und zur Vollkommenheit der ganzen Welt. Zu eurer Ermutigung möchte ich sagen, dass all jene Menschen, die die Ursachen der heutigen Verhältnisse auslösten, nicht voraussahen, dass sie die Entwicklung nicht bemeistern würden. Viele von ihnen haben ihren äußeren Einfluss auf die verderbliche Richtung verloren. So werden jene, die versuchen, die Wirtschaftsblüte durch den unbeschränkten Bierverkauf zurückzubringen, die Dinge ihren Händen entgleiten sehen und statt einer kurzen Scheinblüte wird ein wahrer Aufstieg erfolgen. So wird auch dieses Mal wie zu allen Zeiten eines scheinbaren Chaos wieder Frieden kommen auf Erden, Wohlwollen für die Menschen und das Licht, das sich in den Herzen der Menschen ausbreitenden Christus wird die Erde durchdringen und zu sich ziehen, was seiner ist. Wieder versuche ich, die geliebten Schüler zu ihrem Wohl, missklingende Dinge nicht länger zu erörtern, als zum Verständnis der Lage nötig sein mag. Sehr wichtig! Dann wendet euch völlig von ihnen ab und lasst sie niemals eure Aufmerksamkeit festhalten, denn was ihr in eurem Bewusstsein pflegt oder duldet, das wird sich in eurem Leben und in eurer Welt ausdrücken. So füllt denn euer Bewusstsein mit der großen Ich-Bin-Gegenwart, die in ihren Armen die mächtige Erfüllung eines jeden eurer Wünsche trägt. Seht die Vollkommenheit überall in eurem Leben und in eurer Welt. Lasst euch durch die Fehlschöpfungen anderer nicht berühren oder beunruhigen, da ihr ihnen nur helfen könnt, wenn ihr die Vollkommenheit schaut und wisst, dass hinter dem täuschenden Schatten das leuchtende weiße Licht der Ich-Bin-Gegenwart steht. Dieses, ihr Geliebten, ist mein Weihnachtsgruß für euch. Meine Mutter und andere Aufgestiegene, von denen ihr einige nicht kennt, senden euch ihre Grüße der Liebe, des Friedens, des Reichtums und der Kraft, um euch auf euren Wegen zu eurem endgültigen Sieg und Vollbringen zu segnen. Saint-Germain Zum Schluss möchte ich die Schüler noch ersuchen zu erkennen. Sagen sie Ich-Bin, zu welchem Zweck es auch sein mag, so setzen sie nicht nur die große Ich-Bin-Gegenwart in Bewegung auf ihr Ziel, sondern sie sollten sich innig bewusst sein, dass diese Gegenwart in sich die Kraft enthält, die sich selber erzeugt, ausweitet und ausströmen lässt. Wiederholungen sind gut und oft auch nötig, um eine Überzeugung zu vertiefen. Doch bei ihren heutigen Fortschritten sollten die Schüler sich mehr ihrer angeborenen, innewohnenden, sich selber erhaltenden Kraft bewusst werden. Das gebe dem äußeren Bewusstsein ein volleres Verständnis für sie. Und ist das äußere Tun des Verstandes mit anderen Pflichten beschäftigt, so kann jede Stunde einmal die Kraft des Ich-Bin in ein Vollbringen vorgeschickt werden, ohne die Außenarbeit des Schülers zu behindern. Es ist ein großer Fehler des Schülers, sich in seinem Gemüt die Idee einprägen zu lassen, er habe für diese Dinge keine Zeit, wenn es nur einen Augenblick benötigt, die mächtige, unüberwindliche Tätigkeit seiner Ich-Bin-Gegenwart kraftvoll zu erkennen, mit was die Aufmerksamkeit auch beschäftigt sein mag. Folgende Nutzanwendung kann sich als sehr hilfreich erweisen. Während eines Tages lässt sich öfter kurz das Bewusstsein festhalten, Ich-Bin die alleinige Intelligenz und Gegenwart, die handelt. Das wird natürlicherweise die Dinge entsprechend den Erfordernissen berichtigen. Es ist so leicht, das Bewusstsein in Bewegung zu setzen, wenn man sich durch keine Empfindung der Begrenztheit einschränken lässt. Tempel des Lichtes Sie stehen im Äthergürtel über der Atmosphäre der Erde. Aus diesem Gürtel werden die Strahlen durch die Atmosphäre auf die Erde geschickt. Die Äthergürtel um Erde und Venus sind sehr verschieden. Venus liegt innerhalb des Äthergürtels, die Erde darunter. Warnung Anerkenne niemanden, der Werkzeug der finsteren Macht ist. Wisset nur eines, Es gibt nur die Ich-Bin-Gegenwart, Intelligenz, Licht und Kraft, die handelt. Bekümmert Euch um keinerlei persönliches Tun, was und wann es auch sei. Aufgabe des Schüler ist es, Vollkommenheit zu sehen, sie zu fühlen, sie zu sein, was auch immer menschlicher Schein vorzutäuschen versucht. Segensspruch Aus dem Herzen Deiner großen Stille, O mächtige Ich-Bin-Gegenwart, kommt die Lösung aller Dinge, die Vollkommenheit aller Dinge, denn Du bist die einzige regierende Kraft, Vollkommenheit und Intelligenz in jeder äußeren Erfahrung. Du bist die Gegenwart, die jeden menschlichen Ausdruck beherrscht. Nur soweit wir in allen Dingen Deine vollkommene Offenbarung zu sehen vermögen, bringen wir die Vollkommenheit dahin, sich in allen Dingen zu offenbaren. Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung von SpiritScape. Vielen Dank für Deinen Energieausgleich. Deine Energieausgleich Die sacrifice